Viele von euch schwanken zwischen dem Honor 9X Pro und dem Huawei Honor 8X. Wenn ihr zwischen den beiden Smartphones schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design Beim Punkt Design gewinnt das Honor 8X knapp mit 50 zu 47 Punkten. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. 31 Gramm leichter, 1 Millimeter dünner, 0,6 Millimeter schmaler, 2,7 Millimeter kürzer und 13,5 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Honor 8X eindeutig mit 59 zu 48 Punkten. Es sticht hierdurch folgende Vorteile heraus. 1,5 Prozent höhere Pixeldichte und besitzt Bruch- und festes Glas. Das 9X Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 1,4 Prozent größere Bildschirmgröße. Leistung Bei der Kategorie Leistung ist das 9X Pro mit 85 zu 79 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1,4 Prozent schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher, 5 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 256 GB mehr externer Speicher unterstützt, 2 Speicherkanäle mehr und 2 GB größerer Speicher. Das Honor 8X kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 67 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras Beim Punkt Kameras kommen beide Geräte auf 55 Punkte. Das 9X Pro hat bei folgenden Merkmalen bessere Werte vorzuweisen. 2,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung und unterstützt Serienbilder. Das Honor 8X hat bei folgenden Merkmalen überlegene Werte vorzuweisen. 2,5-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitraffer-Funktion. Audio In der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 58 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Produkteigenschaften. Akku Im Bereich Akku ist das 9X Pro mit 64 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 6,7% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften In der Kategorie Eigenschaften ist das 9X Pro mit 83 zu 76 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, hat Typ C-USB-Anschluss, hat einen Infrarotsensor und unterstützt sofortige Markierung. Das Honor 8X hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Zweifach schnellere Uploads. Ergebnis In der Gesamtwertung schlägt das Honor 9X Pro das Huawei Honor 8X mit 60 zu 49 Punkten eindeutig. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.